Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin in der Sowjetunion geboren. In Georgien hat man den 8. März als einen großen Feiertag gefeiert. Ein Tag der Frauen, des Frühlings und der Blumen. Aber dieser Feiertag war in der Sowjetunion nie mit einer politischen Botschaft verbunden. Es wurde nicht über die Menschenrechte gesprochen. Es wurde nicht über die Frauenrechte gesprochen. Und als Georgien unabhängig wurde, haben wir fortgesetzt, diesen Tag zu feiern. Aber auch wir haben den Tag nicht mit einer politischen Botschaft verbunden. Für mich hat sich heute einiges geändert. Ich habe hier in Berlin sehr viel gelernt. Und ich habe in diesen Tagen mit meinen neuen iranischen Freundinnen oder von meinen iranischen Freundinnen, von charismatischen und couragierten Frauen gelernt, dass es wichtige Themen gibt, die man genau heute und morgen am 8. März ansprechen kann. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich heute nach Berlin gekommen bin, um diesen Tag mit Ihnen zu feiern und mit Ihnen zusammen gegen die Verletzung der Menschenrechte, gegen die Verletzung der Frauenrechte zu protestieren. Dafür danke ich Ihnen, liebe Frau Präsidentin Mariam Rajavi und meinen neuen iranischen Freundinnen. Und ich bin sehr stolz, heute hier zu sein und auf Ihrer Seite zu stehen. Vielen Dank.